Energieverbrauch senken, eigenen Strom produzieren, nachhaltig heizen und vieles mehr. Die Energieberatung der Salzburg AG unterstützt ihre Kundinnen und Kunden beim energieeffizienten Neubau oder beim Sanieren. Also wir sind heute am Rand der Stadt Salzburg. Hinter uns ein Gebäude, ein Kunde mit einem Haus ungefähr aus dem Baujahr 1980. Das Haus wurde geerbt und war in dem Bauzustand aus den 80er Jahren. Und dann begannen die Überlegungen, was machen wir mit dem Haus? Nutzen wir es selbst, nutzen wir es nicht selbst? Sanieren wir es? Ja, wir sanieren. Und in dieser Überlegungsphase sind wir als Energieberatung dazukommen. Die Energieberatung der Salzburg AG unterstützte die Familie von der Planung bis hin zur Umsetzung der Sanierung. Wir haben jetzt komplett die Elektrik im Haus mal gemacht herinnen, ganz neu. Dann haben wir alles mal kernsaniert herinnen, dann haben wir die Fenster neu gemacht, die Dämmung haben wir neu gemacht, eine Photovoltaik haben wir aufs Dorf machen lassen und dann haben wir noch eine Luftwärmepumpe gemacht. Durch die Optimierung der Heizung, Dämmung und durch eine neue PV-Anlage kann man sehr viel Energie und dadurch auch Geld sparen. Also die dort gesetzten Maßnahmen sind Energiesparmaßnahmen, Energieeffizienzmaßnahmen plus Energieerzeugung von der Photovoltaik. Und jede eingesparte Kilowattstunde ist natürlich ein Schritt zur Nachhaltigkeit. Wir alle müssen uns ja bemühen, grüne Energie zu verwenden, wenige Energie zu verwenden, sprich zu dekarbonisieren, weg vom CO2. Sprich, dieser Kunde hat auf jeden Fall ihren Beitrag geleistet. Sie verwenden jetzt grüne Energie, nämlich grünen Strom, auch direkt vom Hausdach oder halt der Rest vom Stromnetz und haben eine Heizung, die mit Umweltwärme läuft. Also sprich, grüner Strom plus Wärme aus der Natur. Mehr Nachhaltigkeit geht fast nicht. Das war echt sehr, sehr klasse. Also muss ich sagen, und die Beratung war sehr gut und er hat mir immer wieder gesagt, Elke, bitte mach das und lass es machen, weil wir waren schon sehr am Zweifeln mit dem Ganzen, ob wir das jetzt richtig machen oder nicht. Und jetzt im Nachhinein glaube ich schon, wir haben alles richtig gemacht. Das war eigentlich die beste Entscheidung, was wir getroffen haben, dass wir alles von Grund auf saniert haben und nicht nur so Larifari gemacht haben. Wenn auch Sie Interesse haben an einer Energieberatung der Salzburg AG, dann melden Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at slash Energieberatung